Heute war ein toller Tag für mich. Warum? Ich habe einen Traum endlich erfüllt. Mein Traum war immer Surf zu lernen und heute habe ich es endlich geschafft. Ich habe drei ganz tolle Lehrer gehabt, die mir Surf beigebracht haben. Und ja, wir sollten eine Aufgabe lösen. Wir müssen mit einem Brett zu führen. Ohne Welle, aber trotzdem schwer. Und eine Flasche vom Wasser abholen. Und wir konnten natürlich nicht ins Wasser runterfallen. Und ja, ich habe es geschafft.